Was ist das Unternehmen in der Region Backenung? 31 junge Leute derzeit in Ausbildungsverhältnissen haben. Mein persönlicher Antrieb für die Volksbank Backenung zu arbeiten ist, für ein Unternehmen tätig zu sein, das in der Region beheimatet ist, für die Menschen da ist, sich an der Realität orientiert. Das ist in der heutigen Zeit ja unheimlich wichtig, dass man die Aufgabe einer klassischen Bank auch so wahrnimmt. Mein umriges Herz und Pferd, ein bitter süßer Spitz. Sag mir, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit wirst du gehen? Den Mitgliedern zu dienen, sich an den Bedürfnissen zu orientieren und sie mit fairen Konditionen, mit modernen Finanzdienstleistungen immer aber an ihren Bedarf orientiert zu versorgen. Die Menschen haben erkannt, dass es sich lohnt und dass es richtig ist, dass man sich mit einem regional ausgerichteten Kreditinstitut, mit einer Volksbank in Verbindung setzt und dort seine Finanzdienstleistungsgeschäfte abwickelt. Warum sind wir so erfolgreich in den vielen Jahren, die wir tätig sind? Weil wir uns an den Bedürfnissen, an Bedarfen der Menschen in der Region orientieren. Die Menschen haben eine Heimat, da sind sie zu Hause, da fühlen sie sich wohl und da wollen wir die Menschen begleiten. Mein umriges Herz und Pferd, ein bitter süßer Spitz. Sag mir, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit wirst du gehen? Wir sind in das Jahr mit Rückenwind gestartet und werden immer stärker als die solide Geschäftsbank angesehen, die sich an den Bedürfnissen der Kunden und in der Region orientiert und darüber hinaus natürlich auch ihrer Verpflichtung für die Gesellschaft gerecht wird, indem sie über 400 Vereine, soziale Einrichtungen mit einem jährlichen, interessanten Betrag und nennenswerten Betrag von sechsstelliger Höhe unterstützen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die� mainly, entsprechendet�� und Laith ayudagroupen studieren mit demever Plan ltd. reply berechtilo, dass die Menschen in der Region reinvent Anna und glossen died von 5,021 zb. 2 hd. Brian Bay 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 Dein ungriges Herz, du fährst ein bitter süßer Schwert. Sag nur, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit wirst du gehen?